Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mathe-Tipps, deinem Kanal für Mathe-Videos, täglichen Mathe-Shorts und Mathe-Quiz in der Community. Im heutigen Video ein wichtiges Thema und zwar das schriftliche Dividieren, das dich ein Leben lang begleiten kann, denn solche Aufgaben kommen nicht selten in Aufnahmetests, Aufnahmeprüfungen oder sogar in Abschlussprüfungen vordran, wo kein Taschenrechner und keine Formelsammlung erlaubt ist. Bevor wir direkt zur Lösung der Aufgaben kommen, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Denn falls du in Zukunft keines meiner weiteren Mathe-Videos, Mathe-Shorts und Mathe-Quizze passen möchtest, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite 728 geteilt durch 8. Hier müssen wir jetzt, wenn es im Kopf nicht geht, handschriftlich diese Aufgabe lösen. Wir schauen, ob die 8 in die 7 passt, das geht nicht. Also nehmen wir die 72 und ja, die 8 passt genau 9 mal in die 72. Wir rechnen dann 9 mal 8 sind 72, rechnen hier Minus, haben dann hier 0. Dann holen wir die 8 herunter und überlegen uns, wie oft passt die 8 in die 8, genau 1 mal. Und dann haben wir auch schon das Endergebnis, wenn hier unten 0 rauskommt, von 91. Gehen wir dann jetzt auf die rechte Seite mit einer größeren Zahl. Wir haben 8536 geteilt durch 4. Wir überlegen uns, passt die 4 in die 8, ja klar, 2 mal, denn 2 mal 4 gibt 8. Wir rechnen hier Minus, erhalten 0. Dann holen wir die 5 herunter, überlegen uns, wie oft passt die 4. Also diese 4 hier in die 5 hier hinein, genau 1 mal, 1 mal 4 gibt 4. Wir rechnen Minus, die 1 bleibt übrig. Dann holen wir hier diese 3 herunter, 13. Wie oft passt die 4 in die 13, genau 3 mal, denn 3 mal 4 gibt 12. Wir subtrahieren hier wieder, also hier unten wird immer subtrahiert. Hier kommt als Ergebnis die 1 heraus. Und jetzt zu guter Letzt kommt noch die 6 herunter, 16. Wie oft passt hier diese 4 in die 16, genau 4 mal. Und wir haben dann auch schon das Endergebnis von 2134. Ich hoffe, dass dir dieses Video zum Thema schriftliches Dividieren in der 4. Klasse Grundschule weiterhilft. Wenn du dazu Fragen oder Themenwünsche hast, nutze bitte gerne die Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.